Sorry. Soll ich Gas geben, Jan? Gib Gas. Kriege ich auch meinen eigenen Charakter? Warte. Jetzt geben wir noch mal so richtig Gas. Und dann will ich so eine Drehung machen. Mach. Sag, wenn ich drehen soll. Dreh. Also die war nichts. Ja, das ist der, äh... Der planiert sich. Der planiert sich. Nächste, was ich meine, gibt Tobias keine Karre? Warte. Ich will mich jetzt prügeln. Ey, Tobias, aber die prügeln sich nicht, wenn du Knarre hast. Geh auf Faust. Tobias, die prügeln sich nicht, wenn du Knarre hast. Dann geh ich noch. Geh da, wo die Faust ist. Jetzt prügeln sie sich mit dir. Guck mal weiter. Lauf weiter. Lauf weiter, nach ganz hinten. Und vor allem, guck, ob du den Wagen klauen willst. Ganz hinten. Oh, da sind die Bullen am Arsch. Sind die Bullen da? Nein. Du musst aber kostenwagen und weg hier. Eddy. Das war's mit Tobias Benlade. Und Simon. Tschüss!